ich habe post bekommen und es ist was ganz neues gekommen also für mich total neu lichterketten die auch unter wasser funktionieren und da ist mir dann gleich eine idee gekommen da könnte ich dann echt eine super schöne tischdeko dazu machen und ich glaube so jetzt machen wir das doch mal auf das alles und diese tollen lichterketten die gibt es auf amazon zu bestellen fand ich auch total interessant ich habe also schon mal eine rausgeholt und habe die so ein bisschen mal entknotet da ist die lichterkette wasserdicht aber das batteriekästchen nicht also mache ich wieder eine ich mache ein filzsäckchen um dieses batteriekästchen zu verstecken und da blende ich nochmal in der infobox ein anderes video ein da habe ich dieses filzsäckchen ganz genau erklärt ja als erklärung ich habe den filz zurecht geschnitten und tackere den filz und dann sieht das auch aus die tacker naht wie so eine kleine naht nehme das batteriekästchen von der lichterkette erstmal anmachen da ist es packt das hier in den filz rein weil ich möchte natürlich keine batteriekästchen sehen und nehme ein draht ich habe jetzt auch einen stabileren draht genommen der sollte auf jeden fall eine 10er stärke haben und baue mit dem draht eine kleine aufhängung so ganz im detail habe ich das im video mit dem hohen glas schon erklärt steche durch die durch den filz durch gehe mit dem filz biege denn den draht erst mal nach unten bzw nein quatsch gehe nach oben und dann mache ich zwei häkchen die ich in dem glas einhängen kann so hier ist unsere kleine aufhängung schon mein batterie säckchen ist fertig und ich hänge das jetzt ein und ich glaube also manchmal probiert man ja was aus so ein kleines experiment ich glaube es ist schöner wenn das glas ein bisschen größer ist und deswegen denke ich dass jetzt solche kleinen gläschen für diese lange lichterkette eher ausscheiden aber auch ich muss mir immer erst mal die lösung erarbeiten so aber die lichterkette lässt sich super leicht hier rein reinstecken und sie ist sehr wasserdicht deswegen kommt jetzt gleich die probe aufs exempel hier kommt das wasser wassermarsch ja das reicht mir eigentlich schon auch ein wasser ein bisschen was reinmachen kann weil wasser ist ja auch schön ja und dann geht es ja jetzt in die in die frische saison die weihnachtsblumen sind vorbei und das ganze jahr will man ja dann was leuchtendes morgen vom großmarkt ich spreche im video davon dass dass es schon nach weihnachten ist hier ist der beweis dafür weil für uns floristen ist nach weihnachten auch im laden sofort frühling und der frühling kommt hier mit ganz ganz vielen wunderschöne blüten und weihnachten muss sofort raus aus dem laden es gibt auch schon töten papageientöten es gibt jahrzehnten also der frühling ist hier schon in der vollen pracht und hier sind auch schon die anemonen die ja gleich auch im video auftauchen ja soviel als erklärung weil bei euch zu hause ist natürlich noch weihnachten in vollem gange sogar flieder gibt es im dezember auf dem großmarkt zu weihnachten das musste ich euch mal zeigen weil früher konnte ich mir das absolut nicht vorstellen wahnsinn oder im beweis lachen mich einen gang weiter auch schon die tulpen an gelb und rot als ob früher wäre im beweis sind hier noch die ersten narzissenarten zum thema frühling und ornitoralium von denen werde ich bestimmt auch noch viel in den videos erzählen aber jetzt geht es erstmal zurück in den laden und da werden wir schöne gläser aussuchen für das video ich habe einfach ein paar anemonen mitgebracht schneide die mit einem schönen scharfen kleinen floristenmesser frisch an gebe denen einen schrägen anschnitt und ich könnte ja hier die weiße anemone gerade so ein bisschen über mein draht legen dann sieht man den auch nicht mehr habe auch verschiedene schöne bunte farben mitgebracht die müssen die leuchten und unabhängig davon ob man dieses leuchtende glas auf einem holztisch auf einem dunklen holztisch dekoriert oder auf einer weißen tischdecke ich glaube es ist immer absoluter hingucker und jeder wird fragen wo man denn diese diese tollen lichter spots her hat ich bin jetzt schon echt begeistert und ich glaube ich muss das meinen kunden auch öfter anbieten und ich würde nicht nur blumen in dieses arrangement einfügen ich würde auch ein bisschen schönes grün nehmen ein schöner eukalyptus man kann auch ein bisschen efeu nehmen also da sind auch der fantasie keine grenzen gesetzt nur gucken dass die lichterkette nicht irgendwie in eine ecke geschoben wird und was ich auch wunderschön finde gibt es jetzt also auch bis zum sommer sind diese ganz tollen kleinen bartnelken die weißen blüten mit diesem pinkfarbenen auge und auf jeden fall müssen natürlich noch pinkfarbene anemonen rein weil das gibt dem ganzen noch mal das ist echt richtig schön pep oh jetzt habe ich gerade die lichterkette erwischt so ich muss also auch ein bisschen aufpassen wie ich das mache ja nochmal vielleicht eine valunkel aber viel mehr braucht es eigentlich gar nicht je größer die blumen desto weniger desto weniger braucht man an an deko und was man optional natürlich noch machen könnte ist wenn man sagt oh ich möchte gerne dieses batterie kästchen verdecken dann könnte man einfach ein blatt drüber machen ja hier so ein galaksblatt das ist auch eine sehr gute option geht auch ein schönes großes efeu blatt aber ich finde dadurch dass es so versteckt ist in diesem grünen filzsäckchen stört es überhaupt nicht also mich würde es nicht stören und eigentlich ja es ist einfach ein schöner trick ja und ich glaube jetzt machen wir das licht nochmal aus und gucken dann nochmal ich bin begeistert und da sind in einem päckchen zwei vier sechs acht die muss ich erst noch mal kurz in ruhe zählen sechs acht zehn zwölf vierzehn sechzehn lichterketten sogar drin klasse das ist echt ein guter tauch toll ja und farbwahl blütenwahl alles frei jetzt gibt es nochmal das licht aus damit die live version an den dunklen abenden schön sichtbar wird bin gleich zurück also ich habe jetzt mal ein paar lichter ausgemacht aber man sieht schon dass es für eine schöne farbwirkung im dunkeln macht das ist heute mein video zu lichterketten unter wasser ich hoffe ich konnte dir was tolles neues zeigen ich finde ich bin begeistert und wünsche dir egal an welchen abenden ob egal zu welcher jahreszeit du diesen diese leuchtende tolle deko inszeniert ich wünsche dir ganz viel viel spaß dabei und freue mich dass du mein video geschaut hast und alles gute von deiner margit tschüss abonni 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 Musik Musik